Sie sind herzlich eingeladen auf das Landgut von Alastair Rhodes. Erlehen Sie einen unvergesslichen Abend. . Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, wie heißt er nochmal? Ach ja, Godfrey. Wo zum Henker ist Alistar? Ja, wo steckt der alte Halunke? Ich habe Master Rhodes nicht gesehen. Aber kann Ihnen Ihre Kristallkugel... Ja, 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 ja. Mein Lucifers Kronjuwelen, was war das? Mein Lucifers Kronjuwelen, was war das?